Ab dem 1. Oktober 2014 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wurde 1968 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 81 m² beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 990 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.